In Norwegen, ob die aus Luke 10 springen oder 12, da muss es nicht um Rekorde gehen. Da geht es einfach nur darum auszuspringen, wer der Beste ist. Sie hätten es beide verdient, so gut wie sie sind und so wie sie den anderen durch ihre Konstanz ganz früh schon gezeigt haben. Es geht hier nur über uns. Jetzt ist Johann André Vorfang unterwegs. Ganz ruhiger Typ. Was ist hier los in Wickersund? Unterdessen bekomme ich die Information, dass wir sofort, wenn das hier zu Ende ist, zur nordischen Kombination geben zum großen Finale nach Schonach. Auch darauf freuen sie sich ganz sicher schon. Was haben wir da für tolle deutsche Erfolge in dieser Saison gefeiert? Das kann heute genauso sein. Jetzt hoffen wir zunächst mal darauf, dass gleich Andi Wellinger aus Podest fliegt mindestens mal. Da Johann André Vorfang, 245,5 Meter. Noch einen halben Meter mehr, als er in Planetser 1 geflogen ist. Draufpackt und damit nächster Führungswechsel. Bis wir zur nordischen Kombination geben, sind es noch sie.